Hallo Pax! Herzlich Willkommen! Herzlich Willkommen! FFX Video von Wiede Heinrich. Hier ein Shorty. Heutiger Titel ist... Flying Doctors oder Buschpiloten in Alaska. Oder wie bekomme ich einen Kranken schnellstmöglich ins Krankenhaus? Und das ist ein Flugplatz von einer Insel. Am besten geht das mit einem Flugzeug. Die es hier unzählige Mal gibt. Flugzeuge mit Wasserpantoffeln. Die man auf Land oder eben im Wasser landen kann. Dann kommt man an jede Insel ran. Nur wir haben leider heute so ein Ding nicht zur Verfügung. Hubschrauber schon gar nicht. Wir müssen es mit einer anderen Maschine machen. Eine ganz normalen. Die allerdings mit dicken Reifen hierfür ausgestattet ist. Also hier oben ein fast alltäglicher Job. Das ist ein Flugzeug. Damit sind wir unterwegs. Ein Trigger. Eine alte Cessna 185er. Für mich. My Home, My Castle. Mit der kann ich eigentlich alles tun und lassen. Was möglich ist. Also wir landen jetzt. Flugplatz? Flugplatz brauchen wir nicht. Flugplätze sind was für warm. Flugzeuge. Die Auffahrt da hinten. Die genügt. Ich schläge das ohne Vorkenntnisse an. Dann ist immer die Gefahr, dass es so hobbelig ist, dass man sich die Latte wegschlägt. Machen wir das Beste auf. Liebe. Auffüllen ist ein destrugeres?". יןbat страшes! Hallo! Musik Musik So, wunderbar, wir sind unten, nach hinten der Weg zu kurz, nach vorne zu steil, hoffentlich packt es es. Musik Braves Mädchen, wer saß denn? Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger. Musik Kurz zum weiteren Ablauf, ich habe einen Arztkoffer dabei und wir haben eine Diagnose, eine Ferndiagnose. Wenn es geht, werden wir den Transport des Patienten vermeiden. Medikamente und Spritzen sind vorhanden. Musik Bei unserer Ankunft ging es den Patienten schon wesentlich besser. Unsere medikamentösen Behandlungen wird Erfolg haben und wir können ohne ihn zurückfliegen. Es besteht keine akute Lebensgefahr, also fliegen wir wieder. Musik Okay, so there we go. Musik Mission complete, wir sind wieder Richtung Heimat. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe es hat Spaß gemacht. Auf Englisch, thanks for watching and choosing us. And see you later, Alligator, see you again. Preise, Flying Doctors. Musik 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 Musik